Der April kann ja gleich zwei Seiten zeigen. Zum einen schon mit sommerlicher Wärme und ganz viel Sonnenschein. Die andere Seite ist dann eher die hier, dass es dann noch mal grauer, nasser und auch kühler weitergeht. Aber wir bekommen sehr wahrscheinlich ersteres. Denn diese Wetterlage bringt uns dann im Laufe des Aprils wieder die Warmluft zu uns nach Deutschland. Das wird nach Süden mehr der Fall sein, als es dann im Norden der Fall ist. Hier kann es noch mal passieren, dass noch mal so ein bisschen Kaltluft nach Süden vorankommt. Und dazu schauen wir uns mal den 16-Tage-Trend für Hamburg an. Da sehen wir, da geht es erst einmal so ein bisschen runter zum Monatswechsel, dann aber rauf und danach geht es wieder in Richtung Null-Grad-Linie bei der Luftmassentemperatur 1.500 Meter Höhe. Das heißt, das ist hier noch nicht Vollgas-Frühling mit über 20 Grad und Sonnenschein. Denn Regensignale gibt es auch immer wieder mal. Für den Süden sieht es dagegen ein bisschen anders aus. Das sieht deutlich anders aus als im Norden. Da stechen insbesondere die warmen Berechnungen hervor, die teilweise bis auf 15, über 20 Grad in 1.500 Meter Höhe raufgehen. Unten am Boden würde das bedeuten Temperaturen von locker 20 bis sogar etwas über 25 Grad. Allerdings klappt es auch hier eher nicht so mit dem Sonnenschein. Da wird es dann auch häufiger mal nass. Wird also wohl eher so ein Mix aus nass und warm gerade nach Süden. Aber nichtsdestotrotz, der April startet insgesamt mild bis sehr mild. Im Norden, wie bereits erwähnt, gibt es dann immer wieder auch mal die kühleren Phasen. Und die Wahrscheinlichkeit für Sommertage, das sind die Tage ab 25,0 Grad. Da sind die Chancen noch ganz gut im Süden, dass das bald der Fall sein wird. Es wird dann aber eher nass sein und das deutschlandweit. Aber der Frühling, der läuft dann tatsächlich gerade für den Süden heiß.